Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Aufnahmebesuchung. Wir sind wieder da. Jawoll! Ja, ich weiß, wir haben uns lange 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 Zeit gelassen, aber na gut, ich konnte nichts dafür. Da kam so die Arbeit dazwischen und dann kam auch irgendwie so eine Lustlosigkeit dazwischen und ja, dann hat er halt gesammelt und ja, ach egal, das klingt ja bestimmt. Na gut, ich habe keine Ahnung mehr. Diesen vielleicht? Ohne Lust aufzunehmen wäre ja auch nicht schön, also hat man es halt ausgesetzt. Ja genau, und es kommen auch etliche Updates wieder raus. Ich weiß gar nicht, was alles neu ist, so und so. Jede Menge. Kein Schimmer. Ja, ich meine, das gelesen zu haben, dass jetzt alle in dieselbe Richtung gucken. Ja, guck mal her. Und die können wir ja ernten, diesen Reif. Jawoll. Ok, ich muss erst mal wieder dran gewöhnen, was wir alles gemacht haben. Ja klar. Das ist halt jetzt schon länger her. Einiges. Muss man halt erstmal wieder reinkommen. Ist die Auflösung irgendwie höher? Oder habe ich... Das kommt mir gerade zuvor? Ich müsste jetzt das sagen. Das ist schon zu lange her, dass man überhaupt... Ich muss mal gucken. Option? Nö, ist immer noch... Na ja, gut. Vielleicht haben sie auch was an der Bildqualität rumgeschraubt. Kann ja gut sein. Ach, da liegt ein blaues Socke. Da liegt eine blaue Socke. Tatsächlich. Okay, Gießkanne. 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 So. Das übliche Prozedere, das kennt mir ja auch. Das vergisst man nicht, ne? Naja, ich weiß ja nicht. Dass man sowas machen muss, das vergisst man nicht. Manchmal schon. Wer denn ich nicht. Gerade du? Nein. Doch. Doch. Alles egal. Die Gießkanne schon. Immer so ein Gießgeräusch. Also dieses da. Soll ich auch mal pinkeln müsste. Ich glaub, das ist neu. Ich weiß es grad nicht. Es ist doch ein bisschen schwer rauszufinden, was jetzt neu ist. Man könnte Petschnurz lesen. Ich hab's zwar gelesen, aber ich kann noch nicht alles merken. Die sind noch nicht reif. Ja, die sind ja auch noch nicht rot. Ist das auch Tomaten oder ist das Mais? Das müssten Tomaten sein, oder? Ja, wir haben im Sommer. Im Sommer ist es doch kein Mais. Soll ich auch noch die lieben Tierchen fertig machen und bei der Katze auch noch Futter nachgeben, glaub ich. Die lieben Tierchen, die wir alles voll geschissen haben. Aber volle Kanne. So, lass mal gucken. Wir haben hier... Den Kakarofen. Prübung. Du musst aber auch noch... genau dieses blaue, wo das... Milchmaschine, genau. Melk, Melk. Ja, das geht so leicht in nem Spiel. Ja, manchmal haben sie ja zweimal Milch. Ja. Ist was selten, aber... Da liegt noch mal Kacke rum. Noch mehr Kacke. Ja. Meine haben die das nicht als Dünge? Hast du mal irgendwas gesagt? Oder ich hab keine Ahnung wie. Untersuchen. Werfen. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Wie das überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Egal, packen wir weg. Aber nicht alles nehmen, so. Das ist das Schwierige. Man muss halt erst wieder reinkommen. Ich will doch nicht zerbrechen, ich will doch noch gucken. Noch mal einen Tag. Noch mal einen Tag. Okay. Hast du deine Katze gefüttert? Meine Katze hab ich noch nicht gefüttert. Dann solltest du dies auch tun. Bin ich mal gespannt, wie teuer jetzt das Futter sein wird. Ja, genau. Ich muss nur... Ich hab letztens so den Gedanken gehabt, ist es jetzt günstiger, also besser, das Zeug zu verkaufen oder zu Saat zu verarbeiten und einfach neue Saat zu kaufen. Was war denn da? Hm. Was bringt mir jetzt so eine Goldene? Wow. Das ist wertvoller geworden, wenn das sein. Aber hallo. Und so eine Eisekartoffel? 140. Im Prinzip... Alles immer zu Saat gemacht. Mal gucken, dass man Goldene kriegt. Das ist dein einzige Vorteil, wenn man Saat machen, gell? Wegen Goldenen. Ja, gut. Ja, und weil da halt mal zwei, mal drei, also... Kommt ja immer drauf an. Aber wir dürfen das nicht vergessen... Ja, ich weiß, wie sie... Ich kann mich an die... Dunkel an die Zwiebeln erinnern. Nicht nur dunkel, ich kann mich dran erinnern. Ja, das ziemlich ärgerlich ist. Okay, wir haben... Haben wir noch ein Handy? Wir haben jetzt eine rosa Socke, wir haben eine blaue Socke, wir haben ein... Handy. Handy. Applaus. Ja. Witten, keiner will es. Stimmt, die hat mir ja den Berg weggemacht und hier umgegraben, damit Gras drüber wächst. Ich erinnere mich so ein bisschen. Ein bisschen? Eichel. Ansonsten... Ich weiß... Hat das ihm gut bei Ihnen außen zu stehen? Jamies. Jamies, das war so verdammt teuer. Ja. Obwohl, sonst bin ich günstiger. Das waren auch nochmal drei Computer gewesen, oder? Ich meine mich so ein bisschen dran zu erinnern, dass er drei Computer eigentlich wollte. Es muss ja auch ein bisschen angepasst werden, die Preise waren ja wirklich... Na, Oskar. Jetzt geht er wieder kehren und sich dann beschweren, dass hier alles schmutzig ist. Und dass er vergisst, dass er in der Natur kehren tut. Ja, live. Live ist live. Ach, das ist wieder auf 100 Runden da. Das kostet wieder 170 Hühnerfutter. Adresse, das ist doch nur zwei Einheiten. Ja. Das ist schon brutal. Sandkatalog. Dreimal Salat. So, dreimal Salat, ne? Ja. Äh, 180 durch 3. Ja. 60 je. 60 je. Jetzt die Frage, wie viel bringt ein Salat ein? Das müsste man nachdenken. Ich glaube, ich habe noch Salat in der Ingo da rumliegen. Äh, wo ist noch unser Bürgermeister? Wahrscheinlich da drüber im Rathaus. Rechts. Da im Rathaus. Vermute ich mal, dass da Maxi Line drin ist. Im linken oder im rechten Zimmer. Ich glaube, mein linker Kopfhörer ist da. Ja. Das Kabel hat einen Wackler, glaube ich. Also kein Maxi da. Wo ist denn dieser Kerl? Ist doch noch... Hä, ich muss schon los, muss man über der Karte gucken. Wie ging die Map noch mit M? Ah, ja, ich glaube, Namen gibt es ja jetzt auch. Genau, da rechts in dem hosanen Hautort zu Hause ist er. Momentan noch. Ist er wirklich sein Zuhause? Ich meine ja. Ich meine nämlich nicht. Hi Maxi. Ah, Charon. Genau die Person, die ich sehen wollte. Was, warum? Warum ist das eigentlich eigentlich? Ja, das frag ich mich auch. Ähm... Ah, das muss, glaube ich, die neue Quest von dem Museum sein, wo ich gelesen habe. Ähm, 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 ähm... Es dauerte Jahre von... Nego... Keine Ahnung, was das heißt. Es hat Jahre von diesem Nego-Dings gedauert, aber... Endlich habe ich es geschafft. Ähm... 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 As of today... Ähm... Ähm... Eine Standard-Postbox. Ah, das... Mail-System. Genau. Du musst diese Postbox, ähm, um Mails zu bekommen, aufstellen. Ja, okay. Ja, du hast bereits eine Mail bekommen. Ja, ich bin sogar drei. Achso, schon das Mail-System. Ja, genau, genau, genau. Das Museum. Ich weiß nicht, was ich mir hier gerade ansehe. Ich werde schon verrückt, wenn ich mit diesen Anträgen von Cecil... Ja, das kennen wir alles schon. Abgelehnt, unverständlich und poliziergefährlich. Das kennen wir alles schon. Ähm... Kohlebergwerk... Haben wir, glaube ich, auch schon. Äh... Komm, und ich... Ich hab schon mal geguckt. Mal gucken, du bist da oben hin. Hm... Dann gibt's einen Geheimaufzug oder sowas. Was kann ich für dich tun? Äh... Gerüchte? Äh... Alisa. Alisa hat ein paar Schwierigkeiten. Okay, gucken wir mal nach Alisa. Die müsste doch in ihrer Werkstatt... Das ist ja eine normale Show, oder? Nein, das ist das, wo Alisa... Doch... Okay... Hm... Da ist er auch. Ja, was hast du verloren? Oh nein! Ich kann meinen blauen Socken nicht finden. Mein Leben ist ruiniert. Ja... Ich such da nach... Ja... Ich bring... Ich hab's schon dabei. Guck mal. Uh, du hast meinen blauen Socken gefunden. Dankeschön. Worauf hast du her damit? Ich hab's nicht... Äh... Nö... Na klar... Danke! Ich weiß nicht, was ich ohne der Hilfe getan hätte. Vielleicht die anderen Socken angezogen. Dankeschön. Ja, ein kleines Dankeschön. Oh, Feuerwerk. Was soll ich damit... Da muss ich wieder einen Schraubenschlüssel... Ja... Schraubenschlüsselfehler halt. Ach... Na jetzt muss man ja wirklich erst wieder reingucken. Ich... Ich hab von gar nichts mehr Ahnung. Also ein bisschen Ahnung schon noch, aber nicht wirklich viel. Ich glaub da gehst du unsere Farben, ne? Ja... 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 Irgendwie liegt die immer so ein bisschen... Da... Und... Und... Das komisch... Ding verk... Ticken... Jetzt muss ich den Briefkasten aufsitzen, aber du hast doch eigentlich auch einen Briefkasten... Oh... 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 Dreimal Goldnickrötchen. Grotten hab ich eigentlich gemacht. Zwanzig. Zwanzig. Ja. Wie lang brauchen sie? Dann können wir sie eventuell noch mal auspflanzen. Ähm... Drei Tage. Drei Tage Sommer, Herbst. Passt. Dann können sie auf jeden Fall auspflanzen. Ich frag mich, warum musst du jetzt einen anderen Briefkasten haben, um die Milch zu kriegen? Weiß ich nicht. Das ist... Zählt jetzt Briefkasten nicht mal als Briefkasten? Nein, das ist wahrscheinlich ein neuer. Okay. Ich nur verwirrt bin. So, hat noch ein neues. Bäh! Ist doch alles normal. Alles gut. Denganz gießen. Ja, ist klar. Ist logisch. So. Ja. Ja. So. Ja. So. Funktionierst du? Ja. Hast du denn irgendwo den Hammer? Ja. Den Griffkasten. Ja. 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 Ja.